Pass besser auf deinen Kopf, auf der ist... Guten Abend, Jungs. Alles klar, Schätzchen? Na, ihr zwei habt ja richtig Spaß gehabt, hm? Ja, war richtig schön, Chloe. Lief wie am Schnürchen. Und du? Hattest du die Sprache verschlagen? Oh, ja. Charlie hatte ein bisschen viel Spaß für meinen Geschmack. Mir brummt immer noch der Schädel. Ich bitte dich. Was soll da brummen? Da ist doch nichts drin. Ach, da hab ich wohl was verpasst. Ja, hast du wirklich. Es war sehr, sehr aufschlussreich. Ah, witzig. Gab's Probleme? Ach, hese-pese. Und sie haben dich nicht bemerkt? Auf keinen Fall. Und? Hinter welcher Tür steckt Scary Poppins? Hinter der da drüben. Der grünen. Sie fuhren da hinein und seitdem ist es dunkel. Sind sie noch da drin? Tja, ich hatte es ständig im Blick. Und niemand kam rein oder raus. Meinst du wirklich, wir brauchen die? Ich mein, die erwarten uns ja nicht. Unterschätzt die Typen nicht, die machen keinen Spaß. Ja, wir schleichen uns rein und wieder raus. Einfach so. Ja, das klingt gut. Und bei Gefahr? Wir erst schießen und dann werden Fragen gestellt, okay? Die sah eine neue Typ. Sieht aus wie ein Freund von mir. Ja. Vier Buchstaben. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Sehr lange. Mit was? Mit M? Habe ich Freunde mit M? Ich glaube, ich kenne jemanden mit M. Was? Ich kenne jemanden mit M? Nein, mit J. Ja, mit J. Ganz oben oder was soll ich hin? Ich habe mir schon fast gedacht, dass sie kennen, deren Geschichte von den zwei ein bisschen lustiger ist. Sozusagen. Oder etwas interessanter. Na, okay. Ich soll das... Ich soll den Stacheln, aber okay. Okay. Wieso? Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, wieso ich das tue. Was ich gerade tue. Ähm... Man hat mich wahrscheinlich... Verdammt! Ach, Mist. Okay, ich habe... Lea? Moment mal, wo ist es? Ich spe biziunisch. Hm. Jo, ist halt... Gleicher Entwickler. Da werden sie bestimmt eine gewisse ja, Ähnlichkeit haben. Ach, da stirbt er einfach, oder? Oh, Mann. Habe ich jetzt einen Schatz? Ich glaube, ja, ne? Ich habe da wohl aufgehoben. Wieso ist hier? Verdammt! Ist das auch die richtige? Ja, das grüne Tor, ganz sicher. Nate, wir vergolden hier Zeit. Diese verdammte Tasche gefällt mir immer besser. Kommt schon, die sind nicht einfach verschwunden, okay? Es muss eine Erklärung geben. Schauen wir uns doch mal hier um. Ja, sie waren hier. Ich rieche doch noch die Abgase. Reifenspuren. Immer noch nass vom Regen. Hier hat das Auto gewendet. Was gewendet. Hat das Auto hier gewendet? Ach, guck mal. Ja, können Sie sich bitte noch einer da draufstellen? Hallo? Oh, ein Mechanismus. Ja, vielleicht. Vier Reifen. Vier Kontakte. Sonny, du stehst da. Ihr zwei. Nach da und da. Alles klar, bei drei, okay? Eins, zwei, drei. Und? Das muss es jetzt aber sein. Um Sieben-Modus. Was sollte ich? Suchen Sie mit Erdung. Ach, guck mal, da ist irgendwas. Oder? Da drüben war auch. Das sieht aber nicht so aus. Moment. Nein. Das ist das Licht. Sully, richte den Strahl auf die Wand. Wie Scheinwerfer. Verbrat mir doch einen Storch. Ne. Ähm. Nate, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun? Es gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Wir folgen dem Auto. Du gehst zum Van. Wir bleiben in Funkkontakt. Ich gebe Bescheid, wenn wir auf der anderen Seite sind. Ja. Wo immer das sein mag. Sei auf alles gefasst. Muss vielleicht schnell gehen. Aber sicher. Das ist die beste Fahrerin im Business. Ja, so sagt man. Boah, jetzt haben wir so ein... ...Stollending gefunden. Und nur unter die Erde. Mal überlegen. Vielleicht jemand, der nicht will, dass man ihm fällt. Nur antippen. Klugspeiser. Wir haben wohl direkt in die alten Versorgungstunnel gebohrt. Wahnsinn. Oh, ne Ratte. Guck wo die rüttet. Oh, cutie. Mist, eine Sackgasse. Na, dann müssten wir wohl dran vorbeikommen. Okay, hab ich mir schon fast gedacht. Hey, hier drüben. Abgeschlossen. Nicht mehr lang. Ich weiß, wie man... Alter, wir haben vier Granaten dabei. Wie geil ist das denn bitte? Du hast gerade den Laptop ein wenig, äh. Okay. Alles klar da hinten? Ja, ja, ja. Was hat man da schon irgendwie? Ich will nur nicht so gerne in engen Räumen, weißt du? Ja, beweg dich einfach. Oh, was für ein Glück. Danke, Frau Oberin. Wie dumm kann man denn bloß sein? Oh, da sind welche. Sie sind hier! Sie sind hier! Oh, der ist ja jetzt alle. Nicht schlecht. Also, ich muss weiterlaufen, selber. Wo ist Sully? Ah, da kommt er. Okay, man muss ja nichts klettern. Oh, das ist ganz schön tief. Das ist echt eklig. Das ist ein Schatz. Vorsicht, das rutschig. Oh, yeah. So. Ja. Hallo, Drake. Ah, ich will damit hier... Nein, ich will... Ja, genau das wollte ich von dir. Nice. Das machst du gut. Schauen wir mal. Okay, die bewegen... Bewegen die sich jetzt oder nicht? Okay, die... Die leuchten hier ein wenig... In die Richtung. Wow! Nein, was machst du? Nein! Da. Fuck. Oh, mit dem Headshot ausgeschaltet. Ja, hätte. Sorry. Da geht es nach oben. Mit einer Leiter. Ja, die scheint aber zu klemmen. Vielleicht kann ich sie lösen. Na gut. Dann kletter mal schön Draco. Vorsicht, sie kommt! Kurz umschauen. Nicht, dass wir hier gleich in einem Hinterhalt... Da oben ist sowas wie ein Tor. Okay. Okay, da kommst du noch nicht ran. Aber da hinten... Da ist der Vorsprung tief genug. Da ist wieder ein Schatz. So, was, wie viele Schätze jetzt schon? Vielleicht sind die jetzt nicht mehr so... Arschloch-mäßig versteckt. Ich weiß es ja auch nicht. Ah, okay, jetzt verstehe ich. So. Was ist mit dir, Katja? Hilfe mal! Oh, klar, hab ich. Dieser Drake. Ich schieße Ketteräppchen. Ja, Mann. Okay, bereit? Ziehen. Ja, mach ich doch. Oh. Okay, Charlie. Na los. Wie sind da bitte die Leiter hochgekommen? Wenn ich da nicht lang konnte? Ah, dann hat der eine, hat dem geholfen. Okay. Ja. Wieso sind mich... Es geht zu tief runter, da brechen wir aus die Knochen. Hier runter. Oh, hier wollte ich noch gar... Ich hasse es, wenn ich aus Versehen den richtigen Weg laufe. Das ist... Was zur Hölle? Charlie, wer zum Teufel sind diese Leute? Weiß nicht, Mann. Aber wer auch immer die sind, sie sind nicht ganz dicht. Oh, Kapitel 5. London Underground. Das weiß ich jetzt auch nicht so ganz. Das frage ich mich ja gerade schon so die ganze Zeit. Warum, dass wir die jetzt nicht einfach nur... Hm. Ja, ich weiß auch nicht wieso. Irgendwie dachte ich mir auch... Da kann man die ja in Ruhe lassen im Prinzip und... Ja, ich weiß nicht. Wer wartet? Da oben ist ein Gegengewicht. Das holt mal keiner.